dann geht weiter was ist dahinten oder so ist sie das Geist unter Wasser sehen ich richtig geil das heißt hier durch als er wie viele Kupfersorten am Ende weiß ich kann die Galtwesen viel zu viele ja ein paar können schon nicht schaden das schöne ist halt wir haben jetzt schon nederkreuz ohne neder zu gehen der bleibt und sogar normaler das lapis wir brauchen lapis retzend und wir halt einen retzend bräuchten das wär interessant aber lapis ist ja auch schon mal nicht schlecht ja was ist denn das dieser Mission war es eigentlich zu dir zu kommen keine Ahnung was der Crystal macht aber er macht irgendwas da noch Eisen ja raus aus dem Wasser sonst geht mal gar nichts Osmio früher oder später auch mal brauchen wenn wir einen Reaktor bauen oder so ein Reaktor das ist nicht gut wir wollten auf natürliche Reale hier natürliche Rohstoffe auf der Ebene bisten ich hätte einen Emerald ich bin auf 14 ich hätte hier einen Emerald aber ich habe nicht hingeschaut gerade ich habe nicht hingeschaut gerade Prozent also das gleiche meine ganzen Erzen das ist ein er macht uns Gold er hat kann der Bauern aus dem ersten Diamant lasst die Finger davon ein Net vorteilhaft mit dem was ich will eisener bau ich werde es auch weiter das ist der stein sein der stein abbauen eisen bekommen er sagt gold er hat dabei da oben auch gut abzubauen heißen da hat die heute und immer noch jetzt ohne der mann hat auch nicht verkehrt ja das ist halt das gute meinen ja das muss man immer mal machen vor allem wir haben noch nichts geschafft doch wir leben wir haben essen ich habe einen indermill verrecken eine stelle 34 aus damit wir zum Beispiel geupdatet wir werden aufnahmsicht ist nie wer ein bisschen aber die meintreste und ich will dann nicht wieder zehn Minuten auf dich warten nicht abgedehnt ich habe jetzt noch so sehr gut verheiratet hat es dann gefunden da da noch eins das ist normal du kannst an jedem block rechts sieht man hängt sehr oft das wahrscheinlich so ein du kannst auch die Sticks in Berühr unterlegen also das alles im Moment von normalen aber was ist ein Diamant eigentlich so richtig Diamant hat's Diamant auch ja eben ist das so perfekt das ist die Töne bis über der 16 16 so ähm über Silberfisch nochmal Ratschton nochmal Ratschton cool kommt das Ratschton äh angst 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 äh was denn also so stütze ich das Stein von alleine und da kommen Silberfische raus ja das kann schon sein Silberfische die blocken ja so auch raus einfach ich hab dir nicht mal ich hab dir nicht mal ich hab dir nicht von vorher noch Diamant denn ich hab ne Rüstung 2 3 Diamant später kann man schon bauen ich hab dir auch ein Diamant ja wir bauen die Diamant mal um gib mir ein Diamant warum was weil wir haben hier eine Enderperle hm ich hab auch schon eine Enderperle ich hab mir eigentlich mal nochmal bauen was willst bauen zack also könnte ich auch zu dir kommen wegen alter wie viele sind denn da hinten Silberfisch ja mach die kaputt nicht dass sie uns kaputt machen dann oder bau sie zu ist mir egal mach irgendwas du hast sie ja zugebaut echt ja oder das Wasser hat sie zugebaut aber wie gesagt der Stein zerstört sich ja dann ist halt die haben keine Chance weil die ja auch im Wasser sind jetzt die halt nicht zu weit kommen das eigene Kraft nicht einzig vorteil ist es kommen hoffen lootbacks raus das stimmt und lootbacks sind für uns ziemlich gut das muss man sagen weil wir halt dadurch schneller an items kommen wo er sonst nie dran kommt so in der Mitte der Steinspiegel weiter machen dauert das sind aber egal so kann aber jetzt dann hoch gehen und uns um aber machen wird wird in dem Mann so in der hollicht gebraucht eine Katastrophe soll er best kommt wir doch hallo muss man erstmal finden da unten gell mit dem ich die ganze Silberfläche zerstört habe da hatte ich keine Ahnung möglich aber mein gegeben das ist irgendwas interessantes was wir abbauen könnten nö das wohl jetzt Diamantschwitzack gemacht oder wie da nö der weg da hoch ist ewig noch eine weile endlich ich sehe das licht mit zurück dass das dass das ordentlich gemeinter da noch so stimmt das wir wollten bauen die hatten das weißt du noch wie das geheißen hat unsere schiene wird immer länger auf alle fälle einfach anwählen ja manchmal also irgendwie dieses dieses zwei zeugen ganz ausgereift also vor einer suchleiste dann packt er darum ja es ist einfach ein pisten und halt unten drunter 3 das habe ich das habe ich dann habe ich gut so und so ist es ist ein bisschen raus aha echt jetzt würde am pisten sein also muss und frei er wird das hinterher oder wahrscheinlich so dass er es drunter und dann hat es das genau wahrscheinlich das ich mache mal ein lab da ich habe schon mal plate verscher darunter muss aber obsidian sein bei laut grafik wir haben diamant unsere ultimative maschine 12 12 der mein hammer haben wir irgendwo laba von nichts gefunden wie kann man aber herstellen gar nicht klar war verheiter trinkerte dass wir das sind komisch das weiß ich wahrscheinlich unsere ganzen dinge überschneiden damit passt auch nichts gesehen ich bin mal schlafen weil ich es kann weil du es kannst was schlafen gehen ist aber da ja das heißt so gut wie wir müssen wieder runter meine gehen es ist was schön aber wer männer so was zum fressen dann gehen wir weiter jahre zacken habe ich solange will ich da und nicht bleiben bis wir alle hohstoff haben müsste aber auch meinen weg nehmen gold links warum nimmst du nicht einfach eine eisenspektive hoch weil ich noch immer keiner unsere hölle geht es in die richtung sogar noch ein das ist das andere richtung kommst du zu einer walt kann abbauen dass jetzt wir hatten ja bei dir noch einmal hat ja irgendwo war noch vertrieben weil der ente jetzt wo bin ich stehen geblieben da unten städte ich wollte den hammer machen idiot ja nur ein block von weiter kram müssen hätte ich auch reißen na egal was wollten wir jetzt eigentlich holen aber aber stimmt ich sehe in die fichte er so und in die richtung hast du wasser mit oder einmal einmal mit